recht herzlich willkommen zur 47 folge von europa universales 4 mit engeland ja wir hatten letztes mal noch so ein paar fenster die wir zugemacht haben und da drüben war noch ein paar eingeborene die im kämpfen waren da sind wir jetzt am arbeiten dran dass das besser wird hier haben wir noch eine kanone in auftrag und ja dann lassen wir mal laufen damit die dann auch fertig werden und die nächsten 1000 fenster gehen auch schon wieder auf eine überfluss holz überfluss kosten von schiffe ist weniger warte mal automatisch mit den handelskriegsgrund gegen schweden ok england einen rivalen bestimmt auch gut gegen schweden ok gegen rabant und 299 239 du karten einmal aufnehmen müssen ok passt war das lag daran dass wir letztes mal noch 100 du karten da reingesteckt haben und irgendwo war da noch eine quarantäne die wir machen mussten ja ist so ne und jetzt haben wir hier noch transportschiff zack nee gehen wir da wieder hin ja da wollte ich hin wollte noch ein schifflein bauen wenn wir das jetzt gerade schon machen können sollten wir dieses tun so flotte muss wieder größer werden sonst dabei auch was mit dingens ne wenn wir ja schweden als kollegen haben möchten dann müssen wir eine bessere flotte haben oder wie war das ne bündnis hier armeestärke schlecht und ja der rest auch 47 84 gut da müssen wir noch was tun können wir wieder laufen lassen ja truppen wie es mit truppen loben 17 was ist mit orkneys wollen wir konvertieren oder wie war das kriegsgrund in schweden ist klar gegen rabant eben blockieren genau was will portugal portugal die welt umsegelt alles klar ja wie beschiffen wir hier nur eins oder was tatsächlich versuchte ein schiff sag mir das da ist doch irgendwas viel gelaufen oder fahrt ihr mal dahin ne ein schiff glaubst du es nicht so da sind schon drei kanonen ne das ist schon mal gut aber es ist keine mehr im auftrag ne oder nein warte schlange ist leer und ich mache noch zwei dann haben wir fünf das ist dann eine zahl die man annehmen kann oder und wie weit sind wir mit da zurück achso das ist kolonisieren wir nicht ne kolonisieren kolonie kolonie doch passt oder kolonisieren ja passt muskau ok da sind wir dran haben wir wie viel prozent 604 siedler von 1000 also 60 prozent rund weg läuft ne das ist norwegen kann man nur wegen eigentlich den krieg erklären hat das hier lübeck ok aber da haben die zu viele freunde brauchen wir also nicht machen wo grund den krieg erklärt jetzt geht es in frankreich los ok da können wir leider nicht viel sehen weil die da alle durch die gegend sind vorbereiten feindliche blöcke kreation naja ich glaube wir machen mal pause reike weg erhält staatliche zensur bis 4 august also fünf jahre 15 jahre nicht 5 15 jahre ok und da ist noch wer auch unruhen weniger ne was haben wir hier aber ich glaube institutionsvorbereitung minus 5 machen wir so anders ist es schlechter handelskrieg und verloren macht alle nix boah schon wieder was wir haben einen handelsdisput kriegsrund gegen frankreich ok das läuft alles toll aus ne fischer von gelre ok kriegsrund gegen landern aber bringt uns alle nix hier weil wir ja nicht sag schon ja kalle wäre ne guck mal das ist noch nicht mal mehr dingens oder was ne nix beziehungsverbesserung sondern geheimdienst aktion müssten wir ein spionagenetzwerk aufbauen wieso geht das nicht boah die fenster ne die gehen ja eins nach dem anderen auf da müssen wir das bei denen machen oder wie wie sind das hier überhaupt haben wir da noch ansprüche drauf ja ja und da auch da nicht können wir da machen wir einfach mal ne der ist ja sonst zu hause und hat lange war als diplomat ne und können wir dagegen gegen krieg werden ach so das können wir jetzt nicht machen ne weil wir keinen diplomaten frei haben auch schön wir sagen die hier unten so zu uns ach kann ich jetzt nicht gucken weil ich keinen frei habe shit ja schön da die franzosen einer nimmt dem anderen was weg okay da sieht man nur dieses schicke kreuz aber da hat sich auch nichts dran geändert 47 84 wir haben hier einen bauernaufstand irgendwo protestanten unterdrücken unterdrücken ja und die anderen norwegische nationalisten auch unterdrücken so geht es einigermaßen ja da wird nichts werden und das sieht auch so schlecht hier aus dafür sind wir hier ganz gut unterwegs eigentlich oder aber das wird hier auch nichts besser was ist denn hier so der gesamtwert gibt es keinen fortschritt da haben wir gleich schon gewonnen oh nein ja und das bedeutet 75 bis preis für betreide wenn er sich um minus 75 prozent super oder ja ist so kann man auch nicht ändern also mal hier schickt ihn nach Rom Papsteinfluss oder Prestige definitiv Prestige ja und was hat man jetzt hier gerade Bilanz ist positiv Korruption ändert sich nicht so ein prozent mehr dann läuft schon ein Darlehen wird bald fällig haben wir nur noch oh jetzt die Bilanzung wieder negativ so noch wen kann man jetzt den Krieg erklären toll oder ja das ist jetzt hier war da schlechter 14 Mieser das ist aber positiv mit einem Cent oder was das auch immer ist ach so und wir haben noch eine Reihe davon 2,15 2,18 2,39 ja da müssen wir auch noch unbedingt runter von ne das ist teures Geld gut die Österreicher sind uns glücklich gesinnt ne Staatsehe dann wird nochmal ein Schatzmeister ok und da gibt es eine Debatte dann lass uns mal die Debatte angucken und für die nächsten 10 Jahre kostentechnologie minus 5 prozent ne das ist die Frage ob uns das was bringt ne Technologien minus 5 prozent ne die Protze wenn das mal hier was vorangeht aber das ist ja das nächste ja ja Regeneration Seeleute kosten Schiffe Baugeschwindigkeit kosten das ist das erste was ich schon sagen würde ist gut in den nächsten 10 Jahren weiter eine Bürokratie finanzieren das bringt mir nix das bringt mir auch nicht wirklich was ne kosten Kulturänderung obwohl wir gerade dabei sind Kulturen zu ändern ne teuer ist uns das denn kann man das hier irgendwo sehen Berater starten zinsende Bemerkfestung Kolonien Wachstumsrate 55 Mission Konvertierungschance Kooperation Armee und Flutten hm gute Frage ne wenn das runter geht das sind wir haben drei Missionare jeweils mit 8600 Kosten jährlich Unterhalt bei 100% remittieren ist natürlich jetzt teuer ne das sind fast neun Dukaten das wäre fast eine Dukate die wir sparen können wenn das das ist und für die nächsten 10 Jahre Kosten beraten ne das war es nicht Kulturänderung da aber Missionare tun nicht die Kultur ändern oder die wir machen und ändern den Glauben lass uns mal gerade hier oben gucken ok da muss es erst ne Kernprovinz geben hm hm da gibt es keine Reserven für Rekrutierung ist hier ne Kulturänderung ist auch neuerwegig hm gute Frage ne äh äh das sind die Stände das ist alles gut Religion Stabilität irgendwo finde ich auch die Kulturänderung noch was soll man hier eigentlich laufen ja das weiß ich auch noch nicht Koloniewachstum hm toll das ist schön Chance Kolonisten plus 5 auch gut unser Ziel ist irgendwo wenigstens eine Provinz in Nord Ostamerika ist im Besitz von England das verstehe ich sowieso nicht wir haben längst diese hier im Besitz und diese hier ist auch im Besitz muss das noch hier irgendwie keine Ahnung das ist schon eigenartig ja so die Kosten da sind jetzt nicht das entscheidende sondern Armee vergrößern machen wir hier das ist schon mal gut 18% das ist schlecht aber äh was haben wir denn alles so hier so verlieren wir den Kantinismus militärische Macht verlieren wir 12 das können wir gleich schon nehmen paar Abseinfluss gar kein Problem da ist die Kohle weg das ist eher schlecht Korruption möchte ich jetzt auch nicht gerade haben da der kriegt lokale Autonomie würde die Unruhe ein bisschen besänftigen hm und wie haben wir denn jetzt schon 56 so Karten sind mir zu viele zack zack 93 wenn ich das mal anklicke sind wir durch mit den Dingens ne aber das würde ich jetzt nicht dann lassen wir das so laufen gut das ist schon mal soweit geklärt 17 sind hier wir haben da oben noch 2 da ist niemand und hier sind es jetzt 5 die können wir schon mal einen noch und das dauert noch und ein Pferdchen und 2 Fußtruppen kommen da noch hin gut die würde ich jetzt nach Europa schicken ja machen wir und das ist auch ok schicken wir die rüber läuft ne läuft lassen wir laufen ok ok sind wir jetzt hier noch unruhen die kommen schon wieder die Rebellen protestantische Fanatiker niederschlagen und die Krieger aufgelöst ok die kommen immer wieder hoch ne und wer kommt da wo mit 10.000 Mann raus ok ok sind immer noch die norwegischen Kasper wir haben 10.000 Pastiche das ist schon 39 was passiert denn da jede Runde genau oh ne das geht sogar plus wow hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet Utrecht verhält verleiht nicht mehr Regimente an Burgund ok das ist Österreich ne genau die sind immer noch im Krieg die Franzosen mit den Burgundern was geht hier eigentlich achso wir haben keinen Diplomaten frei ne 24 Held 5 lesen auch noch in der Versammlung ok der ist gestorben Kommandant war der jetzt von den Truppen und die sind achso da sind die neuen Truppen angekommen alles klar dann verbinden wir die mal und ist da jetzt ein Ding ins da nein nicht mehr Generalrekrutieren kostet uns 50 ist klar und dann müssen wir den Rad dazu nehmen und der kann Belagerung der kann Nahkampf ok das ist wenigstens etwas so die Schiffe sind hier wo sind die anderen Schiffe da oben wahrscheinlich noch ne wir haben noch welche produzieren ne genau so siehts aus die durften nicht mitfahren ne mhm und bringen die mal da hin Toleranz Toleranz heretiker Kostenstabilität plus 50 super oder? gut so die Schiffe sind unterwegs da gibt es dann gibt es glaube ich wieder einen Aufstand boah das können wir diesmal wahrscheinlich gar nicht abwenden ne die anderen gehen schon nicht mehr abzuwenden ja zack super oder? protestantische Fanatiker ok wo kommen die denn wenn raus? ja die müssen wir dann so runter schlagen wenn König König Provinz von das ist doch schon mal eine richtig gute Nachricht so dann gehen wir da mal gerade hin ändern das hier ok kriegen auch ein paar Cent mehr und zur Kern Provinz machen ok das geht ja sofort ne und dann ist alles gut ich bin schon mal katholisch aber hier das hier das ist das Problem das kriegen wir einfach nicht weg norwegische Kultur ja das wird noch was glaube ich Englisch Englisch das passt da wird es besser wenn Avalon Englisch ist 80% da können wir oh können wir doch machen gut dann jetzt da nochmal einen niederschlagen Zeit wie waren das? 13.000 Avalon ist 0,0 Franz Edward macht das sogar besser interessant ja ich kann jetzt komischerweise nicht sehen wo die rauskommen oder? Moment des Monats ne weiß ich nicht ok soll erstmal so sein würde ich sagen aber hier haben wir ein paar Truppen rumstehen ich glaube die setzen wir mal dahin die Flotte wird geeint zwei Schiffe waren das zwei Schiffe die da jetzt rübergekommen sind oder sind die nur unterwegs? ne die sind da schon weg dann sind die wohl schon angekommen die schicken wir mal hier unten in den Kanal da stehen die am besten sind ja jetzt auch schon ein paar mehr geworden und dann würde ich sagen sind wir für diese Runde erst durch ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss